Willkommen zu diesem neuen Video bei Meat&Grade. Heute gibt es ein Wildrezept, nämlich Rehkeule. Und ich zeige euch, wie ihr super schnell und super einfach einen sehr leckeren Festtagsbraten damit zubereitet. Wir machen direkt auch noch die Soße mit dabei und eine leckere Beilage. Los geht's! Wir starten sofort mit dem Rezept, aber für viele ist es natürlich relevant zu erfahren, wie komme ich überhaupt an solches Fleisch ran. Denn nicht jeder hat das Glück, einen Jäger seines Vertrauens direkt um die Ecke zu haben und den persönlich zu kennen. Und deswegen kann ich euch empfehlen, auf Facebook der Gruppe die Grill-Community beizutreten. Denn unser Netzwerk ist so groß und hilfsbereit hier in der Community, dass ihr dort den ultimativen Tipp finden werdet. Und wenn ihr auch Teil davon sein wollt, dann nicht nur auf Facebook der Gruppe beitreten, sondern gerne auch hier ein Abo dalassen. Einen kleinen Tipp habe ich noch an der Stelle für euch. Bis zum 30.09. 15% Rabatt auf alles bei Adventure, auch auf Rehkeulen. Starten wir aber jetzt mit dem Rezept. Punkt Nummer 1, die Rehkeule richtig vorbereiten. Wie immer gilt natürlich beim Essen zubereiten Pfoten waschen. Und ich nutze gerne, wenn ich jetzt auch außerhalb der Familie Essen zubereite, Marinadenhandschuhe. Dann geht man einfach auf Nummer sicher. Und man muss sich die Hände nicht so oft zwischendurch waschen, wenn man mal Fleisch anfasst, mal Gemüse anfasst und so weiter. Wie bei allen großen Fleischstücken schauen wir auch hier bei der Rehkeule, ob hier noch irgendwo Knorpel und Sehnen drauf sind. Vielleicht so ein paar Knochenstücke. Wir haben natürlich bei einer Keule den Knochen hier in der Mitte. Der sollte auch drin bleiben. Das macht es letztendlich nachher aus. Und der stört uns auch nicht so. Aber falls hier noch irgendwie Knochensplitter bei sein sollten oder Knorpelsplitter, dann da einmal drüber gehen. Ist bei einer Rehkeule in der Regel aber nicht der Fall. Und wenn wir das gemacht haben, dann haben wir hier drauf noch so eine kleine Silberhaut. Das ist vielleicht auch so ein bisschen Seenanteil mit dabei. Aber vor allem Silberhaut. Und die stört nachher. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Erstens, ihr ritzt die ein. Oder zweitens finde ich die noch bessere Möglichkeit, ihr schneidet und reißt die komplett runter. Dafür nehmt ihr euch ein möglichst filigranes kleines Messer. Ich nehme jetzt hier so ein kleines Allzweckmesser von mir. Und damit gehe ich an einer Stelle hier drunter. Und dann ziehe ich gegen die Silberhaut und gegen die Sehne dieses Messer hier einmal durch. Und alles, was ich reißen kann, reiß ich. Und was ich schneiden muss, das schneide ich. Im zweiten Schritt müssen wir jetzt die Rehkeule würzen. Und dafür nehme ich immer gerne ein vorgefertigtes Gewürz. Also eine Gewürzmischung, die vorgefertigt ist. Weil das kann relativ komplex werden. Man müsste sich da relativ viel besorgen, wenn man da was Ausgefalleneres machen möchte. Ich nehme jetzt hier unseren Prototyp, den Rosemary Rub, unseren Rosmarin Rub. Der eignet sich perfekt für Wildgerichte. Da sind aber so viele Zutaten drin, dass wenn man sich das alles kauft, um das selber zusammen zu mischen, dann wird es relativ komplex. Damit ihr aber euch nicht so ein Produkt kaufen müsst, sondern es selber mischen könnt, verlinke ich euch bei uns auf der Webseite, wo es das schriftliche Rezept auch nochmal als PDF gibt, natürlich auch einen Rub zum selber anmischen für Wild. Und das ist ein simpler, einfacher Rub, der trotzdem nachher wunderbar schmeckt. Wenn ihr aber natürlich nochmal so ein bisschen was rausholen wollt, dann holt euch wirklich ein extra Wildgewürz. Zum Beispiel das, der sehr wahrscheinlich noch nicht auf dem Markt ist, wenn dieses Video hier rauskommt. Gut Ding, will Weile haben, kommt aber bald. Und deswegen mache ich hier sehr wahrscheinlich Werbung für andere Hersteller. Das ist aber für mich vollkommen in Ordnung, denn es ist eine ehrliche Empfehlung, dass für ein Wild ein solches Wildgewürz sich einfach idealerweise eignet. Und das selber anmischen lohnt sich einfach aus zeitlichen und auch aus finanziellen Gründen meistens nicht. Beim Grillen gilt, Vorbereitung ist alles. Deswegen werden wir jetzt in Schritt Nummer 3 unsere Glaze für gleich schon mal vorbereiten, bevor das hier alles auf den Grill wandern kann. Für die Glaze braucht ihr eine fruchtige Barbecue-Soße. Ich nehme jetzt hier die Barbecue-Soße von Sido, Sidos Beste, weil ich die noch da habe und weil die wirklich sehr fruchtig ist. Ihr könnt auch eine Barbecue-Soße auf Pflaumenbasis nutzen oder auf Raspberry-Basis nutzen. Und wenn ihr keine fruchtige Barbecue-Soße habt oder mögt, dann könnt ihr eure Barbecue-Soße auch einfach mit ein paar Preiselbeeren anmischen. Passt zu Wild wunderbar. Egal welche Barbecue-Soße ihr nutzt, dazu nutzt ihr auch euer Gewürz eurer Wahl. Entweder die selbstgemachte Würzmischung aus unserer PDF oder eben die Würzmischung, die ihr benutzt habt. Ungefähr einen Esslöffel jetzt hier rein und das Ganze richtig schön durchmengen, so wie hier. Und damit können wir nachher dann unsere Rehkeule bepinseln. Aber jetzt geht es weiter mit Schritt Nummer 4. Jetzt geht es nämlich endlich an den Grill und wir heizen unseren Grill indirekt auf 120 Grad Deckeltemperatur vor. Das bedeutet, die äußeren Brenner bei eurem Grill, die dreht ihr an auf eine Einstellung, dass ihr am Deckel nachher, circa nach 10-15 Minuten, 120 Grad Celsius anliegen habt. Das ist bei jedem Grill leicht unterschiedlich. Das ist in der Regel aber die niedrigste Stufe. Manche Grills schaffen auf niedrigster Stufe mehr als 120 Grad. Der Allgrill hier auch. Dann könntet ihr auf einen Brenner runtergehen, also nur einen Brenner anmachen auf einer Seite, das Ganze auf der anderen Seite des Grills zubereiten. Wir brauchen aber gleich ein bisschen Rauch dabei. Wir brauchen es nicht unbedingt. Ich brauche das. Wenn ihr Rauchgeschmack mögt, kann ich euch empfehlen, das zu machen. Wenn ihr keinen Rauchgeschmack mögt, dann lasst ihr jetzt die Räucherpäckchen einfach weg. Ich packe beim Gasgrill immer gerne zwei Räucherpäckchen auf den Grill, nutze deswegen auch gerne zwei Brenner, nämlich die beiden äußeren, die dann an sind. Wenn ihr sagt, so viel Rauchgeschmack brauche ich nicht, dann nehmt ihr ein Räucherpäckchen auf einen Brenner und macht nur einen Brenner an. Funktioniert auch gut. Und auf diese Weise könnt ihr das auch mit einem Zwei-Brenner-Gasgrill machen, indem ihr einen Brenner anmacht, den anderen auslasst und nachher eure Rehkeule auf der einen Seite zubereitet, wo der Brenner aus ist. Funktioniert, wenn die Grillfläche ausreichend groß ist. Es ist immer so ein bisschen schwierig mit Zwei-Brenner-Gasgrills, aber es wird nächstes Jahr auf diesem Kanal auch ganz viele Rezepte für solche kleinen Grills geben. Wenn euch das also interessiert, gerne ein Abo dalassen. Ich habe euch auch eine Soße versprochen und das Rezept bleibt trotzdem super simpel. Ihr nehmt euch einfach ganz handelsübliches Suppengrün, das macht ihr hier unten in eine IKEA Konzischale rein und das füllt ihr dann auf mit Wildfond. Wenn ihr Wildfond nicht bekommt, dann nehmt ihr zur Not auch Rinderfond und das einfach aufgießen. So 800 Milliliter reichen dafür aus. Wer mag, kann natürlich auch noch einen Schuss Rotwein mit reingeben, aber meine Tochter ist mit, deswegen gibt es das bei mir jetzt nicht. Darüber platzieren wir jetzt unser Rost von der IKEA Konzischform und darauf darf jetzt die Rehkeule Platz nehmen. Wie eben schon beim Einrichten vom Gasgrill gesagt, platzieren wir das Ganze jetzt indirekt auf unserem Grill. Wir sehen jetzt, der Grill hat 120 Grad Deckeltemperatur, wir sehen auch ein ganz leichtes Rauchen von unseren Räucherpäckchen, egal ob Alufolie oder die Räucherbox hier. Und jetzt werden wir das Fleisch einmal mit einem Kernthermometer versehen. Das stellen wir ein auf 65 Grad, das ist das, was ich nachher haben will. Die richtige Kerntemperatur kann auch höher liegen, wenn ihr das mögt. Bis zu 75 Grad könnt ihr gehen. Über 80 würde ich nicht gehen, weil es wird dann nicht noch durcher, aber es wird dann noch trockener. Deswegen so 75 Grad für alle, die es wirklich durch haben wollen, aber noch saftig und 65 Grad für alle, die vielleicht noch so einen Ticken Farbe drin haben wollen. Wie lange das Ganze in circa braucht, sage ich euch nachher. Jetzt heißt es erstmal 45 Minuten Beine hochlegen und dann werden wir das Ganze glazen. Nicht direkt von Anfang an, sondern gleich erst. Die Dreiviertelstunde ist um, wir sind jetzt bei circa 35 bis 40 Grad Kerntemperatur und jetzt kommt die erste Schicht Glaze aufs Fleisch. Wenn ihr euch fragt, warum wir das nicht von Anfang an geglazed haben, ich bin ja immer bekannt dafür, alles auch ausführlich zu erklären. Die Erklärung dafür ist ganz einfach. Wir wollen ja Rauchgeschmack ans Fleisch ranbringen und den kriegen wir durch die Glaze nicht mehr so schön ran, wie wenn wir das jetzt erst nach einer Dreiviertelstunde machen würden. Und die Gewürze, die wir drauf gemacht haben, die sind jetzt richtig schön angetrocknet. Wir haben obendrauf schon so eine leichte Kruste gehabt und da können wir jetzt die Glaze drauf machen, ohne dass wir uns mit dem Pinsel die Gewürze wieder runter reiben. Deswegen empfehle ich euch auch, selbst wenn ihr nicht räuchern wollt, erst nach einer Dreiviertelstunde die Glaze aufzutragen. Nach weiteren 15 Minuten, also insgesamt jetzt eine Stunde ist unsere Rehkeule auf dem Grill, können wir die zweite Schicht Glaze drauf machen. Und dann kümmern wir uns auch direkt um die Soße, damit die fertig ist, bis auch die Rehkeule final fertig ist. Wenn das Gemüse in eurem Fond jetzt schon ein bisschen geköchelt hat, schon richtig schön weich ist, dann könnt ihr das Gemüse mit dem Fond durch ein Sieb gießen in einen kleinen Topf. Dann in dem Sieb das Ganze ein bisschen da durch passieren und die Soße auf eurem Seitenbrenner ein wenig einreduzieren. Das Ganze mit einem Stück Butter und Salz und Pfeffer verfeinern und abschmecken und dann ist die Soße fertig. Bei mir ist das Gemüse jetzt noch nicht weich genug und deswegen brate ich das jetzt nochmal ein bisschen an. Ich werde das dann nochmal in dem Sud auf dem Seitenbrenner ein bisschen aufkochen. Wenn es dann weich ist, werde ich es durch ein Sieb geben und dann eben durch das Sieb passieren, mit Butter, Salz und Pfeffer abschmecken und dann ist es auch fertig. Das als kleiner Trick, wenn es bei euch genauso gelaufen ist wie bei mir jetzt. Zum Anbraten nutze ich jetzt auch einfach die Ikea-Konzis-Form. Den Sud habe ich wie gesagt schon in den Topf gegossen durch das Sieb und die Rehkeule platziere ich jetzt auf der anderen Seite. Dort habe ich die Brenner ausgemacht und die Brenner unter der Ikea-Konzis-Form einmal auf volle Stufe an. Mit einem kleinen Stückchen Butter jetzt, schau mal, da wird das alles schön angebraten und dann kommt es hier auf den Topf. Bis dahin sollte die Flüssigkeit auch kochen. Das Ganze wird ein bisschen eingeköchelt, dann wie gesagt durchs Sieb gegeben. Wichtig ist natürlich jetzt auch wieder die Rehkeule indirekt zu platzieren. Dafür packe ich jetzt den Rost wieder in die Ikea-Konzis-Form, alles in die Mitte und mache wieder die äußeren Brenner auf niedrige Stufe an für 120 Grad Deckeltemperatur. Das bleibt die gesamte Garphase über identisch. Das ist die Wahlkirchen-Form. Fertig ist die Rehkeule vom Gasgrill. Ist das nicht ein fantastisches Ergebnis? Und ich weiß, was ihr jetzt fragt, was ist mit der Beilage? Ich habe sie hier liegen. Die Beilage ist noch einfacher als das gesamte Rezept für die Rehkeule und für die Soße. Denn macht euch dazu einfach irgendwas aus Kartoffeln. Seien es Salzkartoffeln, seien es Klöße, seien es vielleicht auch Kroketten oder Pommes für die Kinder. Passt alles hervorragend zum Fleisch und zu der Soße. Das hier ist jetzt mein Teller. Mein Team ist drinnen schon am Essen und ich darf jetzt live für euch einmal auch probieren. Ich habe schon echt viel genascht, muss man sagen. Habt ihr ja auch schon gesehen in den schönen Aufnahmen. Aber es ist wirklich fantastisch. Es harmoniert alles so gut zusammen. Es schmeckt nach Wild, aber jetzt nicht so penetrant nach Wild. Manche mögen das ja nicht so sehr. Ich glaube, wer Wild nicht mag, der wird auch das nicht mögen. Aber es ist ein sehr, sehr angenehmer Geschmack. Es ist sehr zartes Fleisch, auf den Punkt gegart. 65 Grad finde ich top. Ihr könnt auch drunter gehen. 57 Grad ist auch noch in Ordnung. Dann habt ihr es ungefähr auf einem Gargrad, wie jetzt so ein Medium Steak. Schmeckt auch super, aber ich habe hier lieber so die 63, 65 Grad. Und wie gesagt, wenn ihr es durchhaben wollt, geht ihr auf 75. Jetzt auf euch. Man zerdrückt das Fleisch mit der Zunge. Es ist richtig schön zart. Die Barbecue-Soße bringt Süße mit rein, aber auch so eine leichte Schärfe, so ein bisschen pikant. Das Gewürz, vor allem mit dem Rosmarin, passt einfach hervorragend zu Wild. Und ganz ehrlich, Soße isst man meistens, damit etwas richtig schön saftig ist und richtig schön Geschmack hat. Aber die Soße bräuchte man hierfür gar nicht. Man könnte das essen wie ein Steak. In diesem Sinne, mir läuft hier weiter das Wasser im Mund zusammen. Ich werde jetzt essen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Damit das so ist, lasst gerne ein Abo da. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen, schreibt mir einen netten Kommentar und checkt natürlich das Rezept als PDF auf unserer Website aus. Und falls ihr dieses Projekt hier honorieren möchtet, alle Produkte, die wir hier verwenden, verlinke ich euch unten zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Bis zum nächsten Video. Ciao.